Hi, ich bin Nele und ich habe noch nie eine Glasscheibe geküsst. Hi, ich bin der Sascha und meine Freundin sagt, ich küsse echt gut, neidenschaftlich, romantisch und sehr gerne wild. Hi, ich bin Daniel und meine Freundin sagt, ich küsse sehr geil. Hi, ich bin Rebecca und ich küsse gerne sehr leidenschaftlich. Hi, ich bin Basti und weil ich so gerne küsse, darf ich bei Jamf immer eine Scheibe küssen. Also, ich bin Tina und eigentlich bin ich der Meinung, küsse ich ganz gut. Hallöchen, ich bin Patrick. Beim Küssen sollte man natürlich leidenschaftlich sein und hin und wieder auch mal vielleicht die Zunge benutzen. Tashen, ich bin jetzt Ben und küssen gehört zu einer Beziehung. Jam Let's go!